Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt Gratis-Ski und Snowboards zum Testen. DJ Mudasi ist auch dabei. Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. Eins. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und tschüss. Ach, immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. Drei. Pause machen? Freunde treffen? Einen Kaffee trinken? Das Café Anna in der Kepplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In zwei Stunden. Um sieben. Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst. Am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur zwei Tage nach mir Geburtstag. Genau. Ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hat da auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle vier Jahre Geburtstag. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Meine Freundin Lela hat im Mai Geburtstag. Mein Freund Klaus hat auch im Mai Geburtstag. Klaus und Lela feiern zusammen am 9. Mai. Heute feiert mein Freund Paul Geburtstag. Wann hat deine Freundin Laura Geburtstag? Guten Abend. Hallo. Wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also, ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Entschuldigung? Können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 Euro. Stimmt so. Gut gesagt. Trinkgeld geben. Das macht 18,90 Euro. Stimmt so. Das macht 17,90 Euro. 19, bitte. Machen Sie 19,90 Euro, bitte. Danke. Hallo, Lela. Hier ist Caro. Hi, Caro. Wie geht's? Super. Und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei. Und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es? Im Café? Na ja, das Essen war okay, aber die Pizza war kalt. Und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je. Hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger. Und der Hund hatte Durst und war nervös. Aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht. Aber am Wochenende. Da gehen wir spazieren. Mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. Und jetzt noch unsere Tipps für August und September in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuerst etwas für alle Sportfans. Erfurt bietet wieder einen Marathon. In der Stadt und auch viel in der Natur. Termin ist der 18.8. Sie können sich jetzt anmelden. Das Startgeld für den Halbmarathon ist 33 Euro und für den Marathon 39 Euro. Sie möchten nicht Sport machen, aber sehen? Dann gehen Sie doch zum Champions-League-Spiel Bayern München gegen den FC Basel. Sie spielen am 19. September in der Allianz Arena in München. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Karten gibt es noch für 80 Euro. Wenn Sie im August in Zürich sind, dann können Sie jeden Abend um 21 Uhr einen Film im Open-Air-Kino am Zürichsee sehen. Es gibt dieses Jahr auch zwei Termine für ein Double-Feature. Und zwar am 15.8. und am 22.8. Die Tickets kosten 12 Franken. Die Double-Features 15 Franken. Und hier noch ein Kulturtipp für Sie. Sie möchten nachts ins Museum? Dann gehen Sie am 28.8. zur Langen Museumsnacht in Berlin. Alle Museen sind von 19 Uhr bis 3 Uhr in der Früh geöffnet. Ein Ticket kostet 13 Euro. Zum Schluss noch etwas für Musikfans. Mark Forster kommt nach Wien. Das Konzert ist am 16.09. um 20 Uhr. Es gibt noch Tickets ab 49 Euro. Weitere Infos natürlich im Internet unter... B-A-B-A-B-A-B. B-A-B-A-B. Vielen Dank.